So, Christian saß jetzt wieder im Megapark auf Mallorca, neben mir Norman Langen. Norman, du bist gar nicht heute am Singen, habe ich gehört, ne? Nein, ich singe heute nicht. Ich bin wirklich nur hier, um Hallo zu sagen, um ein paar Leute zu begrüßen, dich zum Beispiel auch wieder. Ja, weil jetzt gleich muss ich auf die andere Seite der Insel, zu Casabarca, zum Iberostar Hotel. Denn da sind 1250 Schlagerfanaten, die mit auf Schlagerreise sind. Und da werden wir so eine Stunde auf anderthalb gleich Gas geben. Sieht gut aus, machst du so viel Fitness, hast du was abgenommen, kann das sein? Ich habe ein bisschen abgenommen. Also nachdem ich letztes Jahr ein bisschen zugenommen hatte, habe ich mir gesagt, jetzt muss was passieren. Und war jetzt halt anderthalb Monate lang, sieben Tage lang, siebenmal die Woche für zwei Stunden im Fitnessstudio, habe meine Ernährung umgestellt, wenig bis gar kein Alkohol, um einfach fit zu sein für die kommende Saison. Was ist denn dein Fitnesstipp für das Jahr? Mein Fitnesstipp für das Jahr, wenn du auf der Bühne stehst, ist auf jeden Fall ganz viel Ausdauertraining. Und gesundes Essen. Also wenig McDonalds, auch wenn es scheiße ist, muss ich mal so sagen. Ich liebe McDonalds. Was isst du denn zum Beispiel? Zum Beispiel Salat, ganz viel Salat. Machen wir leckeres Dressing, ein bisschen Rapsöl, ein bisschen Essig, Kräuteressig dazu, perfekt. Wenig Salz, weil Salz halt Wasser bindet. Das heißt, das kann dann nicht aus dem Körper fließen. Ein bisschen Pfeffer dabei, ein bisschen Chili. Und dann halt ganz viel Grünzeug da rein mit ein bisschen Putenbrust. Und das ist ein Traum. Dein neues Lied, wie heißt das? Meine Single-Auskopplung heißt Eurovacherie. Und man kann eine schöne Performance am Pfingstmontag beim Fernsehgarten sehen. Meine letzten Worte an die Fans, wie immer. Ich bin so froh, dass ihr mich jetzt beim dritten Album wieder unterstützt habt. Ich bin auf Platz 43 der internationalen Charts eingestiegen. Vielen lieben Dank, in der gleichen Woche wie Madonna einzusteigen. Und dann auf Platz 43 als Schlagersänger. Dankeschön. Besucht mich auf Facebook, facebook.com slash normenlangen oder auf normen-langen.de Und vielleicht sieht man sich ja dann bei dem einen oder anderen Auftritt. Also, bleibt gesund.